Willkommen, willkommen zurück zu Stronghold HD und zwar mit mir, Peter Wolfs von 3D und ja, liebe Leute, weiter geht's, nächstes Land versuchen wir zu erobern, aber die Ratte schlägt zurück und das wird alles ziemlich kritisch. Die Schlange hat deswegen angeboten, uns gegen ein bisschen Alkohol Truppen zu senden und wir haben keine Chance, das zu akzeptieren und dementsprechend ist unsere Aufgabe, genügend Stoff zu brennen, unabhängig davon, ob unsere Leute das so wollen oder nicht. Uns stehen alle mitteloffen, also schauen wir doch mal, erstmal direkt wieder Gamespeed runter, 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 meine Granary hier oben, was habe ich denn überhaupt für Nahrungsmitteldinger, kann ich noch nicht sehen. Ich stelle die mal hierher, in der Hoffnung, dass es kein kompletter Schwachsinn ist, die da hinzustellen. So, was können wir für eine, oh, Hopfen, ja, das brauchen wir für Dings. So, fangen wir erstmal an mit dem Grundlegendsten, wir brauchen Holz. Hier oben haben wir einen Wald, dann kommen zwei dran, hier unten haben wir einen Wald, da kommt einer dran und hier kommt einer dran. Das muss reichen an, ähm, nicht wahr? So, hier haben wir Steine, die wir abbauen können, mal kurz checken, ob ich hier oben was dran bauen kann, nein. Bloß hier unten, dann müssen wir gerade mal prüfen, äh, von wo der Feind kommen wird, wenn er kommt. Und da oben sehe ich ein Schild, wollen wir noch, da ist eins und das war's. Das heißt, wir haben hier oben einen Durchgang, hier und dort, wenn wir den Steinbruch schützen wollen. Also könnten wir, hier ist, ist das ein Durchgang? Oh, ist das ein Durchgang? Nein, das ist kein Durchgang, das ist eine Schlucht. So, das heißt, wir könnten, ähm, effektiv hier zu machen. Nee, könnten wir nicht, wir könnten hier einfach einen Ring bauen, da, so drumherum. Äh, das würde, würde helfen. So, okay, aber erstmal grundsätzlichste Versorgung. Ähm, wir brauchen direkt noch ein Haus. Das stellen wir mal, du, Gonsini. Und, ja. Äh, nee. So, fangen wir mal an, ein paar Farmen aufzustellen. Oh, die können eh nur hier unten hin. Wir müssen das hier beschützen, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, sonst gibt's kein Fressi. Kein Fressi. Kann ich die auch nur hier herstellen? Nein. Gottes Willen. Ja, das ist, also ich brauch das Gebiet hier unten. Führt keinen Weg dran vorbei. Drei Futterfarmen sollten reichen, dann bauen wir direkt eine Mühle. Ich hoffe, ich hab ein bisschen Zeit. Die Mühle kommt hier hinten dran. Und die Bäckereien stellen wir dann einfach hier dazwischen. Fangen wir mal mit vier an. Und wir brauchen... Goddammit. Äh, hab ich noch genug Holz für einen weiteren Holzfäller? Ja, hab ich. Möchte ich da noch einen aufstellen? Ich mach hier hinten noch zwei hin. Einfach nur, weil ich fürchte, dass ich sehr viel mit Holz arbeiten muss in dieser Mission. Ah, das Tor ist nicht so hundertprozentig, mein Freund. Scheint, diese Schluchten hier sind einfach schwierig zu verteidigen. Ah. Weiß noch nicht genau, wie ich das machen will. Hier drüben müssen auf jeden Fall die Hopfenfarmen hin. Das hier muss zugemacht werden. Da hier dürfte nichts passieren. Also haben wir eigentlich nur diese zwei... Nur diese zwei... Zugänge, die wir dicht machen müssen. Wobei hinten könnte auch hoch und lang laufen. Das heißt... Ah, das wird tricky. Das wird tricky. Haben wir nicht genügend Bürger? Ah nein, es dauert noch einfach. Okay. Die Ratte ist pisst. Nachvollziehbarerweise. Okay. Es ist nur der Hofnarr, nicht der Musiker, der Musiker bringt. Irgendwie Humor an das ganze Spiel und singt. Oh shit. Man. Das wird jetzt richtig scheiße. Ich glaube, die Mission könnte ich gerade nochmal neu starten. Haha. Wenn wir mal ehrlich sind. Eww. Okay. Da habe ich völlig falsch gerechnet. So. Okay. Site your granary. Die kann ich schon hier drüben hinstellen. Das ist egal. Nachdem wir eh über Brot produzieren müssen. So. Trotzdem mal gerade ganz schnell hier runterdrehen. Okay. Guter Trial and Error Zeit. Dann fangen wir erstmal an. hier mit an. Ähm. Hier mit. Fangen wir mal hier mit an. So. Als nächstes kommen eins, zwei, drei, vier, Holzfälle. und jetzt fangen wir an schon mal mit Palisaden zu arbeiten. Und da machen wir hier zu. Na, machen wir ein bisschen kürzer vielleicht. So. Okay. Und dann gehen wir hier rüber. Ein bisschen da her. Da her. Und machen hier runter und darüber. Ja. Und dann ziehen wir noch hier vorne eine Mauer ein. So. Jetzt war hier hinten war da noch ein Zugang. Weiß nicht. Ich glaube nicht. Nee, das hier ist sicher. Das heißt, das ist okay soweit. Es ist keine gute Position. Schauen wir mal, ob ich irgendwo ein Tor rein buxieren kann. Worauf die dann abgehen können. in die, in das, in die Teer, in das Teerzeug hinein. Nee. Mach mal das Tor hierher. So. Das Tor ist unvollständig. Oh mein Gott, da fehlt doch jetzt was. Da fehlt doch einfach mal so die zweite Dings. Da da. Nee, gut. Aber schmeißen wir erstmal die Bogenschützen da oben drauf. Geben dem Ganzen wieder ein bisschen Geschwindigkeit. So, jetzt fangen wir an, Nahrungsmittel zu produzieren. Das war hier vorne ganz gut. Irgendwie. Ha. Ich hatte doch hier wunderbar drei hingequetscht, ohne dass es ein Problem war. Warum geht das dann jetzt plötzlich nicht mehr? Okay, ich brauche noch eine Hütte. Die stellen wir da unten hin. Immer schön weit weg von was auch immer passiert. Können wir schon eine Mühle bauen? Ja. So, dann finden wir doch jetzt mal gerade heraus, ob das halbwegs sinnvoll ist, was ich hier gebaut habe oder ob das alles Schwachsinn ist. Und die gleich über mich herfallen. Wo rennen die hin? Wir haben meinen Huhn getötet. Und meinen Hofnarren. Was? Das glaube ich ja jetzt nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Überlebt der das, bevor es meine Sperrleute dann kommen? Ja, locker. Mein Hochse! Okay. Bullshitikus am Berg. Das gibt's ja gar nicht. Er war tatsächlich ein Sohn Dinge nicht besetzt. Was für eine unheimliche Frechheit. Möchtest ja gar nicht glauben. So, dann bauen wir mal eine Mühle und ein paar Bäcker. So, ja, das ist natürlich irgendwie doof. Ich brauche aber den Platz natürlich, um hier meine Bierbrauerei noch anlaufen zu lassen. Dann fangen wir doch direkt mal an. Bisschen Hopfen anzubauen. Wieder nicht genug Arbeiter. Mensch. Wie viel Stein haben wir denn? Wie sieht's denn? Null? Was? Kosten die Dinger etwa Stein? Hä? Was ist denn mein Stein hin? Der Bäcker kostet doch keinen Stein, oder? Oder haben wir einfach keinen Platz? Doch, wir haben Platz. Wie unheimlich überaus irritierend. So, dann machen wir mal da hinten das da mit Steinen zu. das geht ja so nicht. Ja, ja. Das Lager ist voll. Dann bauen wir ein neues. So einfach machen wir uns das hier. Das ist keine optimale Mauer. Aber es ist eine Mauer. Ich werde das hier alles noch irgendwie zumachen. Ja, das kommt davon. Wenn man mit jemandem handelt, der sich Schlange nennt. So, und ob ich hier durchkomme, ob ich das hier durchstehe, ob ich es noch fertig bringe, eine ordentliche Verteidigung hochzuziehen in diesem furchtbaren Land, das findet ihr mit mir beim nächsten Mal heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dahin.